und zurück geht's weiter auf tap hast du gesagt kann man so wir haben eine auswahl zwischen stärke geschicklichkeit ausdauer wille nahkampf distanz und rüstung gucken wir mal bei stärke stärker erhöht den schaden durch nahkampf waffen höchstern auch so hohe stärken wird benötigt um einige mächtige nahkampf waffen geschicklichkeit erhöht den schaden durch distanz waffen hohe geschicklichkeit benötigen obwohl am anfang wille erhöht seine kraft geschwindigkeit mit der verbrauchten wie stetigen ja änderungen beibehalten jetzt kann ich hier ach jetzt habe ich den skill baum was haben wir hier drücke 1 und eine schutzende geschützende kugel zu zaubern die dich vor distanzangriffen schützt drücke 2 um eine magische schockwelle in allen richtungen auszulösen halte 1 um die distanzwaffen mehr kraft machen wir erstmal schutzkugel was haben wir hier noch setze durch zufrucht entstandene heilung frei cool machen wir erstmal das bestätigen ist ja cool und wenn du hier drin bist du bist geheilt warte warte mal warte mal ich will auch mal hä was denn egal gehen weiter da kann man kaufen und so ach so ja tatsache dabei kann ich habe hier so viel schrott gefunden kann ich alles gar nicht gebrauchen das ist bei mir grau hinterlegt dann hast du wahrscheinlich nicht genug geld und na doch das kostet 20 dann steht ich habe 483 ah mit doppelklick kopfbedeckung kaufen wir mal sowas kann ich mir noch kaufen hände noch mal was bei hände finden ich kann meine nahe kampfunktion sogar so die fernstamm da ne halbe awp hier ja du spielst grad aber du weißt bescheid was du spielst ja 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 so wo müssen wir denn jetzt lang auf top na hier hoch da wo der wegpunkt ist soo fortfahren dann bei euch beiden eine 1 und bei mir eine 0 du bist eine 0 oh Flasche oh da ist auch wieder der piepematt Bogenschützen oh oh der kriegt jetzt in den Korb der kriegt jetzt in den Korb boah ich komm gar nicht ran an den boah ich komm gar nicht ran an den achso wir müssen diese Katapulte runter machen nochmal huiiiii da ist er weg oh den hab ich grad and haupte oh die müssen we ja die müssen wir unterschubsen die wirst du mal wieder weg? guck mal hier ist hier deine Kraft, die Frau! die Frau muss das machen, wisst du? unser Weg ist jetzt voll auf geht's naja wow was schon fertig? das war ja kurz, wa? naja, aber da sieht man mal, was für ein Skill wir haben ja komisch, dass die Frau mal Alena machen muss ja, genau hast du hier gesehen? weil die für ein Mucki sind? der hat die Katapulte alleder unterhinschmissen die hätten wir den Ring mitnehmen müssen naja, voll die Mauer ist frei, gut gemacht ich kann ungehindert fliegen aber andere kämpfen noch in der Stadt womöglich brauchen sie unsere Hilfe könnten es Elrons Söhne sein? ich weiß es nicht, doch sie ziehen mit List voran und hinterlassen eine lange Spur von getöteten Feinden das klingt in beiden Fällen nach Eladan und Elro hier wahrscheinlich ziehen sie in Richtung der Zitadelle, genau wie wir lasst uns weiter ziehen, vielleicht treffen wir mit ihnen zusammen ich werde euch von oben Deckung geben auf offenem Feld kann ich gegen unsere Feinde zuschlagen ruft nach mir, wenn eure Not groß ist cool, die kann man erst rufen, ne? oder? aber wie? keine Ahnung ach, hier kann man wieder verkaufen wir wollen ja nichts verkaufen ach, hier lang ich kann nichts machen ach, hier, ich schreib irgendwas hä? wo bleibst du denn? ja, ich, äh, hab noch einen schnellen Kaffee getrunken der dauert, jawel dir komm zu Papa komm zu Papa wo schießt denn der da oben wo schießt denn der da oben? so kurz schießt hier inna ja ja ab da ach da oben headshot er ist da da ist noch einer da ist noch einer da ist noch einer genial oh hast du ihn jetzt hier rufen? ja mit vier kannst du ihn rufen Oh, dass man diesen Sammelpunkten entnervt Ja Katapulte Den hole ich mir, den hole ich mir Hauptschuss Oh Oh my god Oh my god Spüre den Zorn der Eldern Schau mal mich um die Bogenschützen da oben Es ist cool Oh, krass für Heilung fertig Der hat aber gar nicht so lange, die Kugel, ne? Ich glaube, wir müssen da hoch Hier ist noch eine Goldtruhe Alter, mitgenommen Äh, wo seid ihr denn? Oh, wo müssen wir doch hier hin? Ist ja noch nicht alle tot Vielleicht müssen wir auch die Dinger hier kaputt machen Nee Nee, kann sie nicht kaputt machen Er hat gerade irgendwas runtergeschmissen hier Hier ist irgendwas Ach, hier müssen wir doch Oh, ich will es nicht mal nach da hin Hier hin Du musst, wir müssen hier hoch Du musst andersrum laufen Ja, ich will es nicht mal nach da hin Wie lira ich mich einfach hier hin? Ich will es nicht mal nach da hin Und da, wer noch? oh oh mein gott so mit ihm kaputt ich habe keine kraft mehr er war einfach der war wirklich einfach die leistung Es scheint, wir stehen auf der gleichen Seite. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Erlaubt uns, euch zu helfen. War ja einfach. Was bedeuten denn die Zahlen? Keine Ahnung. Anzahl Benutzter Rassen. Keine Ahnung, was zeichnet. Das weiß ich auch nicht.